Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo zusammen, ich bin Oli Lyra und heute mit den besten Dating-Tipps für das Kino. Ich gehe nämlich heute mit der Schule eine Movie schauen. Wichtig für ein Kinodate, Kaugummi, weil im Kino wird geküsst. Uuuuh, geküsse! Hau ab du Schlabbergeist! Nass-Tüchli, für den Fall, dass ich heulen muss. Für den Fall, dass du heulen musst. Und was heisst, du darfst, du bist auch ins Heimchen? Schnauze, du Nervzwerg. Drittens, Eleganz. Soumire ou d'air soudiach. Du siehst aus wie ein Clon. Das ist denn professionelle Datevorbereitung und du, Kliessensmeintel, ist sowieso keine Ahnung. Ich hatte im Fall einen Date von Luca Hennig, wärst du voll die Foscherin gewesen. Auch ganz wichtig, ein tiefsinniges Gespräch nach dem Film. Weil dort kommt man sich so richtig näher. Darum sich fahre über den Film informieren. Was ist es? Äxtlich Piraten, Raumschiff, Agenten? Nein, nein. Heidi. Heidi? Die hat sich ausgesucht. Oh je, das muss Liebe sein. Hoch hier oben in den Bergen ist die Welt friedlich und ruhig. Wo ist Heidi? Heidi. Heidi. Hey, wieso kann ich nicht anfangen? Wie? Ja, mit dem Hemli und den Haaren. Und was meint der Date, wenn ich rumlaufen soll? Geh einfach ganz normal. Ganz normal. Max, du bist elf. Du bist elf. Du bist elf. Du bist elf. Äh, ja? Ja, da liegt es. Mann, man lässt dich doch nicht einfach im Zimmer liegen. Nein, ich kaufe doch einfach neue. Dann halt. Ja, ich bin dein Held. Tschüss.